Kultmeile 19, wir haben schon mal gut vorgelegt und alle eingeladen. Joel, jetzt ist es wieder passiert, ist es so rausgekommen, wie du wolltest. Ich habe gesehen, es war ein Riesen durcheinander, als ich aufs Areal wollte. Es ist, glaube ich, wieder ein Riesen durcheinander. Wir haben es geschafft. Und das Wichtigste ist, wir haben alle Scheisse gemacht diese Woche. Hast du das Wetter angeschaut, hast du das Wetter angeschaut, hast du das Wetter angeschaut, hast du das Wetter angeschaut. Ich habe immer gesagt, jetzt Atme mal durch, es kommt gut. Was haben wir jetzt? Halb 8 Uhr, es regnet immer noch nicht. Ich meine, wenn es um 12 Uhr schiffen kann, sollte es schiffen, aber es hat bis jetzt nicht geschifft. Wir sind super. Noch ein paar Worte jetzt zum Areal, wenn man den Rundgang macht, ich glaube, das ist symptomatisch für das Walzweg, das Dureinander. Das ergibt sich ja, weil da alle miteinander, zwischen und füreinander dienen. Ja, das ist ja schön an diesem Areal. Das sollen die Kultmeile auch sein, in erster Linie das Areal repräsentieren. Und zeigen, was wir hier auf diesem Areal machen. Und wenn alle zusammen helfen, sich gegenseitig, dann siehst du, was entstehen kann. Und das ist das Geniale an diesem Areal. Da kennt jeder jeden. Du kannst dort klopfen, dort bekommst du einen Hammer, dort bekommst du die Schraube. Und dort bekommst du einen Schraubenzieher dazu. Also wenn du es selber nicht hast, dann bekommst du es. Und jeder säckelt für den anderen. Wenn du ihnen sagst, ich habe ein Problem, ich kann das nicht machen. Warte, wir kommen, wir kommen, wir machen. Und das ist das Schöne. Und das ist einmal mehr, zeigt sich, wie es funktioniert. Hey, aber das ist ja nicht nur an der Kultmeile so. Das ist ja das ganze Jahr, auch wenn man als Besucher kommt. Das ist eigentlich das ganze Jahr so, ja. Auch wenn man in der Fahrbahn ist, oder wenn man sonst nicht mehr auf dem Areal ist. Man versucht sich zu helfen, egal ob man jetzt als Gast da ist, oder ob man da als Mieter ist, vor Ort die ganze Zeit. Wenn man da hinkommt, soll das eigentlich so sein, dass man sich hilft. Tipptopp und einmal mehr, wer nicht an der Kultmeile war, wartet jetzt bereits? Selber geschuld. Aufs 2020? Genau. Eingeladen? Schon eingeladen? Schon eingeladen. Zuerst machen wir noch Passade Noel. Aber das ist dann ein anderes Geschick. Und ich, voller Hammerenergie, starte dann zu neuen Tatendrang.